im nächsten Mal im nächsten Mal F*** Mocker F*** Mocker F*** Mocker F*** Mocker F*** Mocker Pies F*** äh ja ich muss....es wackelt ein bissl sorry ich habe mir vorgenommen 14 kilo abzunehmen ich muss auf 90 Kilo runter Kampfgewicht da muss ich mal wieder was tun und ich bin jetzt ein bisschen unterwegs laufen teilweise mitstecker teilweise ohne teilweise kriechen und teilweise fließen oder so mein also es gibt ja von fair den vom andré vom kanal fair den sieht man da oben nochmal den aufruf hashtag evdreams 2019 und da soll jeder was ein kleines video machen das heißt was wünscht man sich für 2019 was ev mäßig dann ist ich habe mehrere wünsche ich wollte eigentlich hier keine ahnung ein riesen bombastisches video machen mit 100.000 tier liedern die haben aber schwenden gefunden und tornado überflüge und aus vor einem heißluftballon und so aber das geht leider nicht meine evdreams 2019 sind dass wir in dieses jahr noch eine ev auto bekommen hoffentlich für meine frau und dass die ich sage mal die die sehr gut recherchierte umweltbilanz der e-autos die so in der presse sind langsam aber sicher mal neu recherchiert wird neu aufgelegt wird co ausstoß ja aber dann richtig mit akkus die lange halten die man recyceln kann deren rohstoffe nicht vergeudet werden oder verbrannt werden sondern im endeffekt 1 zu 1 wiederverwendet werden so was zum beispiel andre ich hoffe das ist okay so ich stelle es dann heute oder morgen rein gestern waren wir vom stallzeitkonzert heute höre ich rammstein beim laufen motiviert sehr und dementsprechend servus sagt locker euer fetter fucker